Das wird ein hartes Spiel-Chat gegen Julius. Da ein Punkt, wäre ich schon zufrieden. Aber guck mir mal. Ich komme nicht mehr hinten raus, Alter. Stark, T.S. Alter, ich komme hinten nicht raus, ne? Nein! Aaaaaah. Der U ist ja echt anderes Level. Welche Formation war du mal 5er-Kette-Chat? Weiß noch einer, welche Formation 5er-Kette war es? War es ja, Offensiv-Chat? Ich muss 5er-Kette gegen ihn spielen, glaube ich. Weiß das einer noch? Ich komme nämlich gar nicht raus hier und auch nicht nach vorne. Oder ich sehe, dass er der 4-Kette ist, glaube ich. Vor-Drupp-2, glaube ich, ist zu schwach gegen ihn. Ja, jetzt habe ich viel mehr Platz. 5er-Kette ist es. viel mehr Platz. Ah, shit. Abseits. Musst, ah, okay. Das ist der Game Chat, ich habe mich ausgelacht, warum Anthony, warum Anthony, Anthony ist der Mann Chat, 500k Spieler der Typ, bester Mann Anthony, scheiß auf Haaland, Anthony, the fucking legend, Anthony, the fucking legend, die kau ich gleich sein OTW noch, was ne Legende der Typ. Der Haaland ist so scheiße, ne, ich schwöre, 600k und spielt wie scheiße der Haaland, ey. Anthony, Anthony. Oh. Boah, Elson ist so krass, Alter, was der Held. Come, Anthony, stark, komm jetzt, deine. Na, ha, ha, ha. Untertitelung des ZDF, 2020 Stark Mascherano, Jungs, ich habe euch gesagt, diese günstigen Spieler, das sind die einfach die guten Spieler, Anthony Mascherano, die kosten nicht viel Paket da, die sind krass, gib Gas Nein, what the fuck Boah, Elsen ist so krass, Alter, so Glück, ey Ah, gut gemacht, Digga Einfach so durchrollen, ey, scheiße Ey, ich muss Hanand rausholen, der ist so scheiße, ey Hanand kommt raus, ey I'm the chosen one Ey, Hanand ist so scheiße, hätten nicht kaufen sollen, ey Hätte lieber irgendwie so ein Yaya holen sollen oder so Ja, er spielt echt gut, der Julius, ey Digga, fast wieder so ein Finest-Ding Geh, alles noch drin, aber er spielt so gut, Mann Hanand muss raus, der ist so scheiße, Hanand Ich weiß auch nicht, ob die Fünferkette der richtige Weg ist, ey Ich habe einen Schuss, Digga, ja Ich habe einen Schuss, was soll ich machen? Ey, das ist nicht die Fünferkette, Chat Ich habe mich wieder verarscht, das ist nicht die Fünferkette Oh, das war die Fünferkette, Mann Chat Ich gebe noch eine Minute, äh, eine kleine Halbzeit Oh, Jungs, Alter Falsche Info bekommen Falsche Info einfach, ey Ich habe die enge Raute gespielt die ganze Zeit, Alter Boah, Junge, der macht mich richtig nass, ey, gerade Hanand, so scheiße, ne Boah, Junge, was ist denn los? Bisschen Julius, Digga, ist der E-Sportler geworden, oder was? Digga, ich komme gar nicht mehr raus Ey, was macht der mit mir? Alter, der nimmt mich komplett auseinander, ne Der nimmt mich komplett auseinander Jesus Christ Das ist nicht die Fünferkette, oder was macht der mit mir? Ah, GG, Digga Alter, ist zu gut, Chat, der Julius Wahnsinn, Alter, ist das Limit erreicht, Chat Julius zu krass, Alter, what the fuck, man Ganz anderes Level hier Das ist echt Endstation hier Das ist das Dgino Laman Das ist der Dgino Laman Das ist das Dgino Laman Nein, der war auf Ronaldo, Bruder. Ja, der war auf, Bruder. Oh, Haaland ist so schlecht, ne? Was für eine scheiß Balleinnahme. Dieser Haaland ist so schlecht, Alter. Und nicht so eine schlechte Karte gespielt, ey. Ah, GG's. Ja, keine Chance. Zu gut. GG's. Nothing I can do, man. Ja, GG's. Nothing I can do. Der ist echt ein ganz anderes Level, der Julius. Wahnsinn. Ja, das ist crazy, man. Der Junge ist ja kaputt, Digga, der Junge. Der Junge ist ja kaputt. Wie spielt der Junge? Der ist ja... Also, ich muss sagen, der hat mich an die Wand gespielt. Der ist ja nicht mehr glücklich oder so. Einfach besser, Digga. Der hat einfach besser gespielt. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich ein ganz anderes Level, ey, was er hier gerade spielt. Wahnsinn, ey. Jesus. Ich habe damals in FIFA 22 nicht so stark in Erinnerung gehabt. Oh, Mpapé, mach ihn doch. Ja, wir hatten ein bisschen Hoffnung gehabt mit Endturnieren. Das war's. Vielleicht ein Ehrentreffer noch mal. Ein Ehrentreffer noch mal. Firmarkette war die falsche Entscheidung. Hätte vor Triple Two mit mehr Druck spielen sollen, ey. Der Junge geht mir so auf den Sack, ne. Der Junge ist so übertrieben, ey. Guck mal, wie schnell er auch ist, Alter. What the fuck, man. Boah, what the fuck. Thor hat noch gemoved. Digga, wohin geht der Pass, Estien, Mann? Ach, du Scheiße, ey. Digga, wie der sich da löst, Digga. Oh, das war Lucky. Was Maskinos da. Boah, Wahnsinn. GG's. GG's. GG's, ja. Das war verdient. Mehr als verdient. Wahnsinn. Was? Ja, das ist schon... Next Level, Chat. Das ist ein, zwei Level über mir. Kommt mal nix machen gegen den. Der hat mich, guck mal, 13 zu viel. Das war... Digga, was hat der da für Skillmousse ausgepackt, Digga? Ja. Das war's. Ich hab mich.